Musik 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 haben sie schon einem Holz gespalten. Eine körperliche anstrengende, aber untervolle Arbeit. Vor allem beim Gedanken an das schöne Feuer, das man mit dem gespaltenen Holz machen kann. Diese behagliche Wärme eines Kamins für die Familie oder Gäste. Oder in früheren Zeiten ein Feuer, um Essen darauf zu kochen. Dafür spaltet man Holz, um das Leben behaglicher und schöner zu machen. Liebe Mitchristen, was mag Abraham gedacht haben, als er Holz gespaltet hat, um auf diesem Feuer seinen Sohn zu opfern. Ein Feuer, das die Familie zerstören würde. Man könnte da meinen, Abraham, auch unser Urvater im Glauben, sei ein religiöser Fanatiker, der Herz und Verstand ausschaltet, wenn er Gottes Stimme zu hören meint. Und was mag Abraham empfunden haben, als er loszog? Was hat er, Sarah, seiner Frau zum Abschied gesagt? Hat er mit Sarah schon gesprochen, dass er das Kind opfern wird? Wie hat er sie übersäugt? Was ist in Abraham vorgegangen, als sein Sohn ihn fragte, Vater, Holz für das Opfer ist hier, aber wo ist das Tier für das Opfer? Gott wird schon für ein Opfer lang sorgen, hören wir Abraham sagen. Hat Abraham seinen eigenen Worten geglaubt, oder hat er sich nicht vielmehr an Worte geklammert, die im Moment auf ihm höchst zweifelhaft waren? Liebe Schwestern, Bruder, es geht bei Abraham und Isaac gut aus. Gott wendet das Blatt in letzter Minute. Doch ehrlich gesagt, wenn die Geschichte Gottes mit den Menschen hier zu Ende erzählt wäre, dann bliebe sie fad und unser Gott wäre einer, bei dem man nie so genau wissen kann, wie er die Würfel gerade fallen lässt. Bei Abraham ist es gut ausgegangen. Doch nicht alle Geschichten nehmen ein gutes Ende. Ich denke an die neugeborenen Kinder, die gleich nach der Taufe geboren, gestorben sind. Ich denke an das Ehepaar, die gleich bald nach der kirchlichen Traumung geschieden wurde. Eine fromme Familie, die kein Happy End erlebt hat. Die Eltern, die ihre Tochter, die sie lieb hatten, hergeben mussten. Ich bin sicher, ihnen fallen auch Beispiele ein, in denen es nicht gut ausgegangen ist. Ist unser Gott einer, bei dem die einen Glück haben und die anderen eben Pech? Darum ist es wichtig, dass die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht schon mit dieser Geschichte von Abraham und Isaac endet. Darum ist es mir wichtig, dass viele Generationen später wieder ein Vater mit seinem Sohn auf einen Berg steigt, mit seinem einzigen Sohn, den er über alle Maßen liebt. Sie steigen nicht hinauf auf einen Berg im Land der Moria, sondern hinauf nach Golgatha. Auch auf diesem Sohn ruht eine große Verheißung. Durch ihn sollen die Völker, alle Völker der Welt gesegnet werden und den Weg zu Gott finden. Doch auf dem Weg nach Golgatha sieht es so aus, als trüge er keine große Verheißung, sondern sein Scheitern, das Holz für seine Opferung. Und dieses Mal geht die Geschichte nicht gut aus. Kein Engel greift im letzten Moment ein, kein Ersatzopfer, das bereitsteht. Doch Jesus legt am Kreuz seine Zukunft ganz in Gottes Hand, so wie Abraham. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Drei lange Tage sah es nicht so aus, doch seit dem Ostermorgen haben wir Gottes Zusage. Selbst wenn Gott sich bis zum Schluss zu widersprechen scheint, auch dann hat sein Weg mit uns Zukunft. In diesem Leben lösen sich die Dinge nicht immer zum Guten auf und wir kommen nicht immer mit einem blauen Auge davor. Und dann haben wir einen Vater im Himmel, der uns auch mit seiner grenzenlosen Liebe begleitet. Nicht wie ein hilfloser Helfer, der neben den Trümmern unseres Lebens steht und nicht mehr tun kann, als zu sagen, ja, das ist wirklich furchtbar. Sondern, er ist ein himmlischer Vater, der uns eine Zukunft gibt, wenn wir keine Zukunft mehr haben. Ihm vertrauen wir unser Leben. Amen. Amen. Vielen Dank.